Hallo liebe ARC-Freunde, hier ist Tom von ARC-Forum.de, Europas größte ARC-Community. Es ist mir fast schon ein bisschen peinlich, dass wir erst jetzt dazu kommen, bei unserem 500-Euro-Gewinnspiel, bei dem ihr bis zu sechs große 3D-Druck-Kreaturen von Sandboxer.com gewinnen konntet, erst jetzt die Teilnehmer bzw. die Gewinner dieses Gewinnspiels bekannt geben. Es ist viel dazwischen gekommen, ihr kennt das Ganze auch schon von den Patches von Wildcult, dass sich manchmal verschiedene Sachen verzögern. In dem Fall ist es bei mir auch ein bisschen untergegangen, gebe ich ehrlich zu, da ich auch so viel auf der Kette habe, dass es leider untergegangen ist an dieser Stelle. Von daher tut mir das leid, möchte mich nochmal dafür entschuldigen. Es ist jetzt aber soweit und wir haben sehr viele Teilnehmer gehabt und wir haben jetzt ermittelt, wer dafür gültig war für die Teilnahme. Nochmal kurz zum Hintergrund, es gab bis zu sechs große 3D-Druck-Kreaturen zu gewinnen. Das Ganze war auf dem Weg ab 11.000 Mitglieder und wir hatten euch als Bedingung gestellt gehabt, dass es je 500 neu registrierter Mitglieder jeweils einen Gutschein zu gewinnen gibt von Sandboxer, die uns das freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatten. Und außerdem gab es noch als Bonuspreis den Dodo, den ihr hier auf dem Foto sehen konntet. Den gab es zusätzlich unter allen Teilnehmern, die sich entsprechend für die Teilnahme oder für das Gewinnspiel richtig qualifiziert haben. Genau, die Teilnehmer sind jetzt ermittelt. Es sind in Summe, glaube ich, rund 126 Personen, die für den Preis in Frage kommen. Ich habe das Ganze schon entsprechend wieder hier vorbereitet. Ich kann das hier gerade einmal kurz zeigen. Kann ich das zeigen? Ja, kann ich. Also hier seht ihr die Teilnehmer entsprechend. Das Ganze wird geschuffelt in einem Array und dann wird das Ganze entsprechend ausgegeben. So, das sind also die entsprechenden Teilnehmer. Und ich werde jetzt gleich auf eine Seite gehen. Die könnt ihr dann im Nachgang auch entsprechend aufrufen. Wenn ich diese Seite jetzt aufrufe, steht dort nicht sofort der Gewinner. Ich werde das Ganze nochmal so starten, dass ich ca. 5 bis 10 Sekunden per F5 die Seite neu lade, damit es wirklich fair wird. Und also jetzt nicht direkt denken, derjenige, der jetzt beim Aufruf der ersten Seite hier gezeigt wird, ist der Gewinner. Das ist es nicht. Ausrufezeichen, 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 sondern erst im nächsten Schritt. So, jetzt rufe ich einmal die Seite auf. Das hier sind also nicht die Gewinner, sondern ich drücke jetzt F5 für etwa 10 Sekunden. Und die beiden Personen, die dann entsprechend hier aufgelistet werden, haben gewonnen. Okay, ich fange jetzt an. Drücke F5. Ihr seht jetzt, dass das da unten entsprechend neu lädt. F5, F5, F5. So, noch 3, 2, 1. Fertig. Damit steht es fest, wer gewonnen hat, Donnerpfote hat den 3D-Druck-Gutschein gewonnen und kann sich damit einen großen 3D-Druck-Dino bei Sandboxer.com bestellen. Und der 3D-Dodo geht an Mysterium. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Bitte meldet euch so innerhalb der nächsten Woche bei mir, damit ich euch den Gutscheincode bzw. den Dodo zuschicken kann. Vielen Dank an alle fürs Teilnehmen. Nochmal sorry für die Verzögerung, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack und als kleiner Teaser, wir starten in Kürze unser neues Gewinnspiel, bei dem es Preise in Wert von über 2300 Euro zu gewinnen gibt. Bis dahin, macht's gut, euer Tom. Ciao.